Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Foul-Tier-Video. Es wird endlich Zeit für meinen Testbericht zum neuen Samsung Galaxy S24 Ultra. Dem neuen Flagship-Smartphone aus dem Hause Samsung. Der König der diesjährigen S24-erei. Wir haben ja auch das S24 Plus, aber auch das S24 Normale. Und in den letzten mindestens vier Wochen habe ich das S24 Ultra auf Herz und Nieren getestet. Ich bin auch hingegangen, habe es mit dem direkten Vorgänger, dem S23er, verglichen, diversen anderen Smartphones. Und wir machen das hier wie immer der Reihe nach, Schrittchen für Schrittchen, von außen. Wie gut ist es verarbeitet? Habe ich schon Kratzer reinbekommen? Wie ist das mit Fingerabdrücken? Wie gut lässt es sich bedienen? Wie gut fühlt es sich an? Dann die große Frage, wie gut ist das Display? Man hört Gutes, aber auch weniger Gutes darüber. Wie ist das mit den Lautsprechern? Wie gut ist die Performance? Die Ultras haben alle den Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 unter der Haube mit 12 GB RAM. Wie gut sind die Kameras? Die 50 Megapixel, 5-fach optische Zoom-Kamera ist ja neu. Wie gut ist die Akkulaufzeit? Und das Laden? Posted ist wieder vollgeschrieben. Ich habe so viele Vergleiche damit gemacht. Aber dann die nächste Nummer. Wie gut kann man damit telefonieren? Wie gut ist der Empfang? GPS, Navigieren, WLAN, Bluetooth, das ganze Programm. Was habe ich hier an sonstigen Funktionen? IP-Zertifizierung, Speichererweiterung. Die Note-Fans freuen sich, denn der S-Pen ist nach wie vor mit an Bord. Wie gut kann ich mit dem neuen geraden Display denn jetzt Notizen machen? Merkt man da irgendeinen Unterschied? Und wie ist das hier mit dem allerersten AI-Smartphone? Samsung hat ja hier einiges an zusätzlichen Funktionen beworben. Auch darauf gehen wir mal ein. Und dann gibt es natürlich das Fazit. Und ich spoilere kurz vorweg. Natürlich das Einfachste. Wer ein S23 Ultra hat, braucht für AI oder was auch immer nicht aufs 24 Ultra wechseln. Es ist ein super gutes Telefon. Es ist aber auch ein teures Telefon. Und es ist ein sehr großes und teilweise ein bisschen wieder unhandliches Smartphone, was mit dieser Größe zusammenhängt. Was mir ein bisschen Bauchschmerzen bereitet. Aber die wichtigsten Sachen hat die Küste einfach super drauf. So, und das erkläre ich jetzt der Reihe nach. Als erstes, das Gerät von außen. Es ist ein 6,8 Zoll großes Gerät. Anders als beim Plus und beim Normalen haben wir jetzt nicht so ein eher, was soll man sagen, gratis iPhone-Design, sondern die Ränder, die Seiten sind immer noch abgerundet. Jetzt nur im Ultra diese Titan-Beschichtung, Legierung obendrauf als äußerste Schicht. Kennen wir auch von den Pro 15ern von Apple. Genau das gleiche bei Samsung. Hat den Vorteil, die Geräte haben allen matten Rahmen, was keine Fingerabdrücke dahin bringt und aber auch nicht wirklich kratzeranfällig ist. Also bisher hier am Rahmen, auch im USB-C-Port, keine Kratzer reinbekommen. Gefällt mir bisher wunderbar. Aber das Gefühl in der Hand. Es ist an den Seiten, an den Ecken, piekst es hier und da doch ein bisschen immer ins Handgelenk. Das ist wieder so ein Telefon, wo ich sagen muss, bevor man es kauft, nicht blind kaufen. Gerade die Samsung-Geräte sieht man ja bei jedem Elektronikmarkt an der Ecke. Vorher mal angucken und in die Hand nehmen. Das auf jeden Fall, ob das nicht zu groß, zu schwer, zu klobig ist. Weil wir sind ja hier doch bei 232 Gramm. Das ist ein Oschi. Das ist eine Ansage. Gar keine Frage. Das ist neben dem Pixel 8 Pro von Google schon eins der größten Dinger, die man so in die Hand nehmen kann. So, aber Verarbeitung ist top. Rückseite, das ist hier diese lila Farbe oder Titanium Violet, wie Samsung die Dinger nennt. Wir haben ja Titanium Grau. Wir haben ja Schwarz, was eher Anthrazids ist. Und wir haben dieses Gelbe. Und dann gibt es ja noch drei Farben. So ein verwaschenes Grün, Orange und so ein Titanium Blue, was sehr an das vorletzte iPhone-Blau erinnert. So ein helles Blau. Die Farben, die es nur bei Samsung gibt. Aber betrifft sowieso nur die Rückseite. Von vorne sehe ich von der Rückseite zum Beispiel dann gar nichts. So, Verarbeitung passt alles. Von der Bedienung. Tasten sind im Endeffekt genauso weit oben angebracht wie beim Vorgänger. Bedeutet, ich komme als Rechtshänder an und aus. Lauter und leise Wippe kann ich knicken. Das gleiche als Linkshänder. Kann ich froh sein, dass ich an und aus komme. Das war's. Ich habe natürlich nach wie vor zum Glück immer noch eine Einhandbedienung. Wenn ich in der Mitte dann runterwische, zum Beispiel hier, dann komme ich auch bei, mein Lieblingsbeispiel immer bei Instagram, wo ich dann oben noch an die Storys komme oder sowas. Oder ich muss ins Menü oder und, 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 ohne dass ich umgreifen muss, eine zweite Hand oder mit der Nase tippen muss. Das ist alles an der Bedienung nach wie vor da. Was mir als Rechtshänder nach wie vor nicht gefällt, hat Samsung vor einigen Zeiten geändert, den S-Pen auf die linke Seite. Ich hätte ihn nach wie vor auf der rechten Seite lieber, aber da käme man sich mit den Kameramodulen ins Gehege. Okay, das sozusagen zur Bedienung. Der Vibrationsmotor, der drin verbaut, ist schöne Nummer, gefällt mir. Was richtig, richtig schnell ist, ist Gesichtseinsperrung mit dem Ding. Das ist wirklich instant. Also wirklich, das ist so dieser Moment, meine Augen gucken, also es ist gesperrt, meine Augen gucken rüber. Und ja gut, jetzt hat er vorher gescannt, jetzt habe ich zu lange gewartet. Aber ich gucke hin und die, eigentlich, das ist auf dem Level, was man vorher eigentlich nur von einigen chinesischen Herstellern gewöhnt ist. Fingerabdrucksensor, an einer guten Positionierung, gefällt mir da oben. Ist wieder unser Ultraschall-Fingerabdrucksensor, kein Optischer. Entsperrt, zuverlässig, also diese ganze Bedienung. So groß und schwer es sich in der Hand anfühlt, so angenehm ist die Art und Weise, wie die Bedienung funktioniert. Vom haptischen Feedback, aber auch von der Geschwindigkeit der Bedienung. Von den Möglichkeiten. Also das ist ausgereift, Daumen rauf. Fingerabdruckanfälligkeit von der Rückseite. Das war doch, was ich eben noch zeigen wollte. Also, auch wenn es nur Bante-Rückseiten diesmal gibt, die sind fingerabdruckanfällig. Auch das Anthrazit-Titanium-Black-Schwarze Ding. Und auch hier, es ist, wie gesagt, jetzt nicht einmal geputzt worden. Man sieht es, aber gleichzeitig muss man schon hingucken und das Licht muss im genau richtigen Winkel drauf fallen, dass es einem auffällt. Und das ist eine schöne Überleitung zum Display. Denn Samsung hat sich hier beim Ultra-Display eine neue Art der Beschichtung einfallen lassen. So, was dazu führt? Ja, ihr seht hier die Reflektion von der Linse, von der Lampe. Aber wenn ich jetzt einfach mal den Vorgänger nehme, da, da seht ihr direkt den Unterschied. Und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. A, was ich an Reflektionen sehe, wie das hier spiegelt, die Intensität, aber dann auch wieder, was ich für Schwarzwerte auf diesem Display sehe. Wenn ich dann zum Beispiel im Lockscreen meinen Stift, meinen S-Pen raushebe, um dann im Lockscreen da ein paar Notizen zu machen auf diesem schwarzen Hintergrund. Das ist so ein Schwarz. Also, das sind diese Momente, wo ich dann da stehe und mir denke so, uiuiuiuiuiui. Führt oft dazu. Also, ich konnte auch mit dem Vorgänger in der prallen Sonne was lesen. Aber hier ist das halt nochmal schöner. Also, diese Anti-Reflektionsschicht nur beim Ultra, richtig schöne Nummer. Also, Daumen rauf. Jetzt kommen wir zu dem, wo es viele sagen, ja, aber ich habe ja keine knalligen Farben. Es leuchtet irgendwie nicht mehr so schön, muss ich sagen. Kann ich nicht nachvollziehen. Nicht bei meinem, nicht im Vergleich zum Plus, die halt das dann nicht haben, auch von den Farben. Vielleicht, wenn ich genau hier hingucke und dann, weil ich sage, dass es rot beim einen vielleicht so minimal nicht ganz so knallig ist wie beim anderen. Aber da muss man sich schon, also, nee, und in dem Moment, wo ich da hadere, um da Unterschiede zu sehen, dann sage ich, ist es auch wieder Wumpe. Ich finde auch das Ultra-Display richtig schön. Also, die Blickwinkel müssen wir nicht drüber reden, egal ob horizontal oder vertikal. Ich finde die Farben hell, es leuchtet, das Display wird hell genug, die spitzen Displayhelligkeit, jetzt nicht nur punktuell, sondern das ganze Display, wenn man es braucht. Es ist ein 1A-Display. Ich habe ja diese WQHD-Auflösung, wenn ich es denn aktiviere. Ich habe die 120 Hertz. Dieses ganze Display ist ein einfaches Träumchen, was vom Draufgucken. Da habe ich, ich weiß nicht, ob es an einzigen Exemplaren liegt, und ich habe ja auch schon gehört, warum redet darüber keiner, Verschwörung, was auch immer. Nein, das ist ein tolles Display. Und wie gesagt, auch wenn ich es halt mit den anderen S24-Displays vergleiche oder dann mit dem S23-Ultra-Display. Tolles Display. Wir haben hier aber den Unterschied, es ist nicht mehr gebogen. Es ist jetzt überall ein gerades Display. Es geht nicht mehr so wasserfallmäßig über den Rahmen. Fällt das auf? Ja, ich finde, ich sehe den Rahmen ein bisschen mehr als beim Vorgänger oder bei anderen Displays mit so einem Edge-Display. Ich habe mich aber daran gewöhnt. Samsung sagte ja, wir haben das wegen des S-Pens gemacht, weil die Leute dann besser zum Rand drüber schreiben können. Merke ich davon was? Nein. Auch hier ist bis zum Randschreiben nicht zu empfehlen. Das ist, ich denke mal, die sparen da ein paar Kröten bei der Fertigung oder haben gemerkt, die Leute interessiert es gar nicht so. Oder es ist günstiger. Ich behaupte, ich rate jetzt einfach und behaupte, es ist günstiger zu produzieren und zu bauen. Und deswegen hat das so gepasst. Und der Rand ist jetzt auch schon so dünn, dass wenn man so baut, das haut hin. Aber es ist ein 1A-Display. Was auch 1A ist, sind die Lautsprecher. Ich stelle mal ganz kurz. Hier ist mein Mikrofon. Roll im Lautstärke. Das ist nicht nur nicht hier, sondern daneben fährt noch direkt die Monorail da hinten. Und dann beide, was soll man sagen, Highlights, Sehenswürdigkeiten. Das eine ist schon viel älter und die Simpsons-Leute rufen immer noch Monorail. Wir haben ungefähr aus dem Haupt-Lautsprecher unten kommt, was sagen wir, 60, 55 Prozent, aber auf jeden Fall der tiefen, was wärmere Teil. Die anderen halt dann 40, 45 Prozent hier oben raus. Das Ergebnis ist aber ein okayer oder ein guter Hauch von dem Stereo-Klang. Auch wenn man da noch was rausholen kann, wenn man in den Audio-Einstellungen der Dolby Atmos aktiviert, wie bei allen übrigens, der S24-Reihe, wie auch schon immer beim Vorgänger. Wenn man den Atmos aktiviert, hat man das Gefühl, es wird ein bisschen voluminöser vom Sound. Was hier aber rausklauen, kommt, ist laut, ist druckvoll für ein Smartphone der Größe. Ja, es ist, wenn ich, ich habe kein Rauschen dabei, abends im Bett noch ein Hörspiel hören oder in einer leisen Umgebung noch einfach nur was dudeln lassen. Kein Rauschen, die Dinger werden auch leise, die Dinger werden auch laut. Ich stehe unter der Dusche, höre meinen Podcast, mein Radio, meine Nachrichten, mein Hörspiel oder koche oder was auch immer. Passt, ich liege damit irgendwo und gucke noch einen Film im Hotelzimmer und will halt keine Kopfhörer in der Bahn. Oder ich beschalle die ganze Bahn damit. Mit dem Ding kann man auch sein ganzes Abteil beschallen, weil die Dinger werden laut, die klingen hervorragend. Natürlich ab 75, 75 Prozent fängt es dann auch an zu zerren. Ja, auch das ist der Fall. Aber es hält sich noch in Grenzen, das Zerren. Leichte Vibrationen habe ich eigentlich nur in dem Bereich hier unten. Hält sich im Rahmen von der Übertragung. Ich habe das Gefühl, die Vibrationen vom Schall übertragen sich oder können sich gut im großen Gerät verteilen. Dass ich auch beim Zocken oder sowas, wenn ich es in der Hand habe, dann interessiert mich die Vibration sowieso nicht. Also das haut auch alles an der Stelle hin. Schöne Überleitung zum Zocken. Wie ist die Performance? Ich habe es ja gesagt. Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB RAM. Die Kiste rennt. Ich meine, das war beim S23 Ultra mit Snapdragon schon der Fall. Hier mit Snapdragon genau das Gleiche. Ich habe kein Mikro ruckeln. Große Apps, kleine Apps. Ich gehe rüber. Es ist flüssig. Ja, ich weiß, der eine oder andere lacht jetzt an dieser Stelle ja wieder, weil ich da so hin und her gehe und mir denke so. Ja, aber natürlich ist das flüssig. Guckt euch die Videos von den S22ern, S21ern an. Das war eine komplett andere Welt, wenn man da hin und her und rein und raus und einfach nur das normale Zeug gemacht hat. Hier, es ist ruckelfrei. Es ist ausgereift. Ich habe genug Leistungsreserven für großes Zeug oder vieles von dem normalen Zeug. Das Einzige, wo es dann hier wieder ans Gedenksekunden kommt, wenn die Fotos mit der Langzeitbelichtung dann noch verarbeiten müssen oder ich gehe dann rein. Aber das ist, haben wir bei allen Geräten, aber das ist das Einzige, wo diese Gedenksekunden kommen. Also wenn es halt dann verarbeiten muss. Alles andere läuft flüssig. Benchmarks hatten wir ja im Exynos gegen Snapdragon-Vergleich gemacht. Ja, die Kiste wird auch gut warm. Ja, natürlich wird der Chip auch gedrosselt. Gerade der Qualcomm-Chip muss teilweise oder ich habe das Gefühl, Samsung greift da ein bisschen früher ein als andere Hersteller mit dem Snapdragon 8 Gen 3. Aber die Performance reicht ja. Und vor allem, wenn ich jetzt überlege, die Dinger kriegen ja sieben Jahre die Updates, auch die US-Updates, die Android-Updates. Ich glaube, hier hat man gute Chancen, dass das auch in sieben Jahren noch eine ordentliche Performance ist. Weil ich einfach halt mit dem Top-of-the-Pop-Performance-Chip dieses Jahr einsteige. Und wenn ihr mal guckt, wie gut auch noch Geräte mit einem Snapdragon 8 Gen 1 oder auch noch älter performen, die damals die Flagship-Chips hatten. Die Flagship-Chips hatten. Ja, schöner Satz. Da mache ich mir eigentlich keine Gedanken, dass das läuft. Da mache ich mir eher Gedanken, dass der Akku getauscht werden müsste bis daheim. So, Akku. Ne, vor dem Akku machen wir noch die Fotos. Weil da hat sich ja gar nicht so viel getan im Vergleich zu den Vorgängern. Wir haben eine 200-Megapixel-Hauptkamera, Blender 1.7, alles schön dabei. Wir haben die 12-Megapixel-Weitwinkelkamera, die echt mal überarbeitet werden könnte. Die ist im Vergleich immer noch okay. Ja, aber stinkt jetzt wirklich gut ab. Wir haben unsere 12-Megapixel-3-fach-optische-Zoom-Kamera. Und ganz neu, wir haben nicht mehr die 10-Megapixel-10-fach-optische-Zoom vom Vorgänger, sondern 50-Megapixel-5-fach-optische-Zoom. Das ist jetzt die Neuerung. So, und dann haben wir auf der Frontkamera noch unsere 12-Megapixel. So, und jetzt kommt's. Machen wir es einfacher. Die Fotos sind gut. Auch das Zusammenspiel zwischen den Linsen, der Wechsel, ist gut. Gut, es ist was. Ich krieg vernünftige Fotos. Wenn ich dann durchgehe, sehe ich aber die Qualitätsunterschiede. Und die springen von super Hauptkamera, ja, noch okay Weitwinkelkamera, aber du könntest langsam mal ein Update vertragen. Die 3-fach-Zoom gehen auch okay. Aber wenn man dann bei einer guten Belichtung die 5-fach-Zoom sieht, das ist auch schon wieder schön. Alles, was darüber hinaus digital gesoomt wird, auch das 10-fache. Sorry, da kann Samsung sagen, bei wenig Licht sieht das 10-fach gleich oder besser aus. Ich glaube, der 10-fach-Zoom war beim Vorgänger nach wie vor ein bisschen besser. Alles über 10-fach hinaus ist sowieso nur noch digitales Spann. Da kommt selten was Gutes raus, auch wenn ich da meine Mondfotos mache. Das ist eher zum Gucken, zum Zoomen. So nach dem Motto, ey, trägt mein Pilot heute einen Schnauzer oder nicht, wenn ich da ins Cockpit oder was auch immer zoome. So, das Wichtige ist aber nur, Point-and-Shoot geht in der Regel gut mit der Hauptkamera. Mit den anderen Linsen muss man sich da ein bisschen mehr Mühe geben, mal ein bisschen tippen, ein bisschen steuern, um da ein Optimum nochmal rauszuholen. Aber für den 0815-Fotografen, ich hole mein Ding raus, habe schon mal Doppeltaste auf die An- und Austaste, starte die Kamera und mache Bäm, 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 kriege ich okay Fotos. Mache ich das mit dem anderen Weitwinkel, den anderen Zooms, muss ich hier und da ein bisschen aufpassen. Wo ich nicht aufpassen muss, ist Videos. Videos mit der Hauptkamera, schönes Ergebnis. Auch die Audioaufnahmequalität, wer YouTube-Videos, TikToks, was auch immer hier so machen möchte. Damit mit der Hauptkamera gar kein Problem. Wenn ich das mit der 12-Megapixel-Frontkamera mache, werden die Farben ein bisschen sehr knallig. Der Ton bleibt aber trotzdem noch gut. Kann man auch machen, ja. Aber man sieht einfach dieses Gefälle zwischen, ich filme ein Video mit der Hauptkamera und ein Video mit der Frontkamera. Selfies gehen auch okay, wobei das auch wieder das Thema ist, genug Licht bitte bei den Selfies. Bei Nacht wenig Lichtbedingungen wird es schwierig. Und das trifft auch auf die anderen Linsen auch zu. Bei wenig Licht habe ich das Gefühl, stößt das Ultra dieses Jahr ein bisschen früher an die Grenzen als sonst. Aber das Wichtige ist, die Hauptkamera ist toll und das ganze Zoomen damit mit den Dingern und das Zusammenspiel, der Wechsel zwischen den Linsen, auch beim Zoomen, auch beim Video-Zoomen und alles, hat Samsung wieder gut gelöst. Porträts, ja, da haben sich meiner Meinung nach noch ein bisschen ausgeguckt. Das war ja letztes Jahr eine große Überraschung, dass das S23 Ultra so ein Porträtkring war und Google ja eigentlich vom Ton gestoßen hat. Hier habe ich ein bisschen mehr Ausschussware, als es mir lieb war oder ein bisschen mehr Unstimmigkeiten, als es mir lieb gewesen ist. Trotzdem bleibt es dabei, man kann, wenn ich mir Mühe gebe, aus den Ultra-Kameras richtig viel rausholen. Wenn ich aber eh nur die Hauptkamera nutze und die Frontkamera und hier und dann, mache ich damit auch sowieso nichts falsch. Ich meine, dafür kostet es ja genug, um so zu funktionieren. Aber ich habe das Gefühl, das Ultra, das volle Potenzial kriegt das Ultra auch nur, wenn ich mir mehr Mühe gebe, muss ich einfach mal sagen, als bei einem iPhone mit den anderen Linsen. Und jetzt mal, jetzt kriege ich wieder Dresche, aber so ist es halt einfach. Aber dafür habe ich hier mehr Möglichkeiten. Kommen wir als nächstes zum Akku. Da hat sich nicht wirklich viel getan. Ich halte erst mal den Post-it in die Kamera mit den Standard-Messwerten. Da haben wir eine Stunde Netflix bei Autohelligkeit und jetzt kommt es alles auf die QHD-Plus-Auflösung gestellt, nicht die Full-HD-Standard-Auflösung. Dazu kommen wir gleich. Eine Stunde Autohelligkeit, 8 Prozentpunkte. Netflix, Displayhelligkeit auf 100 Prozent, 9 bis 10 Prozent, normale Nutzung 11 Prozent, E-Books, Comics wieder so 8 Prozent. Was heißt das im Alltag? Traumhafte Werte. Ich muss mir hier keine Gedanken um den Akku machen. Ich kriege es, wenn ich es auf Full-HD stellen würde, würde ich es auf gar keinen Fall am Tag richtig platt kriegen. Okay, wenn ich dann 3 Stunden 4K-Videos mit filme und dann noch 2 Stunden zocke. Ja, ja, ja. Aber als Normalnutzer oder als Intensivnutzer mit einer Full-HD-Auflösung gar keine Probleme. Das ist so eine, ich sage jetzt mal ganz grobe Range, 45 bis eine Stunde 15, der Unterschied, was das ausmachen kann, allein die Auflösung zu ändern. Das ist teilweise krass. Aber das sind jetzt die Werte gewesen mit der QHD-Plus-Auflösung. Im Alltag. Zwei Tage als Normalnutzer. Gar kein Problem. Wenn ich mich zurückhalte, könnte ich vielleicht auch von Freitagabend bis Sonntag für einen Wochenendtrip, wenn ich mich zurückhalte, schafft es das auch. Standby-Zeiten über Nacht, 2, 3 Prozent in 12 Stunden oder sowas. Traumhaft. Auch beim Rumrennen habe ich da keine Standby-Wechselprobleme in den Zellen oder irgendwelchen Bedenken. Nein. Das Ultra ist ein 1A-Akku-Dauerläufer. Und das, obwohl der 5000 mAh unverändert sind als beim Vorgänger. Wobei, ich glaube, wenn man es genau anguckt, war der Vorgänger, glaube ich, minimal besser. Was gleich geblieben ist, ist das Fast Charging mit 45 Watt. 10 auf 100 Prozent. Dauert Pi mal Daumen eine Stunde. Ist wieder die Frage, was ich für Netzteil da dran schließe. Samsung wirbt ja mit 45 Watt, legen kein Netzteil dabei. Ich kriege auch nicht wie bei Honor 1 für einen Euro dazu. Das finde ich immer eine schöne Nummer. Machen die hier nicht. Wenn ich ein normales Netzteil habe, was in der Regel so bei vielen, so was weiß ich, 25 Watt Netzteile sind, dann lädt der über eine Stunde von 10 auf 100 Prozent. Dann bin ich eine Stunde 15, Stunde 20. Habe ich aber stärkere Netzteile, dann lädt der auch unter einer Stunde von 10 auf 100 Prozent. Dann lande ich so irgendwie so bei 50, 55 Minuten. Was auch schöne Werte sind. Und gar keine Frage, lade ich das Ganze drahtlos, bin ich eher Richtung anderthalb, zwei Stunden beim Aufladen. Reverse Wireless Charging, um dann auch seine Uhr zu laden. Gut, die jetzt hier nicht. Hat das Ding natürlich auch, wie bei allen anderen. Es bleibt unterm Strich so, Akkulaufzeiten sind super, dass kein Netzteil für den Preis dabei liegt. Und die Ladezeiten sind eher, ich bin auch ja eher der Freund, nicht laden müssen. Und das habe ich hier als schnell laden können, ja. Aber hin und wieder, gerade wenn man es dann doch mal am zweiten Tag hat vergessen, abends aufzuladen, dann ist man doch schon, was weiß ich, bei 23 Prozent. Dann steckt man es ein paar Minuten ans Netzteil. Und wo man bei, sage ich mal, vielen anderen Herstellern schon wieder bei 55, 60 Prozent wäre, ist man dann hier gerade bei 37 im Vergleich. Und das ist so das, wo ich mir denke, warum Samsung, traut euch doch mal mehr. Die Note 7 Akku-Fiasco wirkt immer noch nach. Da sind die einfach übervorsichtig. Kommen wir als nächstes zum Telefonieren. Empfangen. Klingt total normal. Merke ich keinen Unterschied. Auch zwischen, ob ich mit dem telefoniere oder mit dem. Kein Unterschied. Auch weil das, ob das Mikrofon eher am Mund ist. Klingt für mein Gegenüber gleich. Ich habe die verschiedenen Netze wieder durchprobiert, alles gemacht. alles Standard. WLAN, Bluetooth, GPS, die Navigation. Alles Standard. Komme ich überall mit zurecht. Komme ich überall mit rum. Funktioniert. Ist mir nichts, wie gesagt, in die eine Richtung, positiv oder negativ aufgefallen. Speichererweiterung gibt es bei dem Dinger nicht. Wir haben ja die Basisversion 256 GB, 512 1 TB, die es ja nur bei Samsung gibt dann. Also gibt es nicht. eSIM ist mit an Bord. Dual SIM fähig ist das Ganze dann auch noch. Wir haben keinen Infrarotanschluss. Dafür kommen wir ja zum nächsten. Wir haben nach wie vor den S-Pen mit an Bord. Und es ist einfach wie jedes Mal. Die ersten Tage, wo ich wieder ein Gerät mit S-Pen habe, mache ich so viele Notizen. Dann fällt mir immer wieder was ein. Kurze Notiz an mich selbst. Was ich in dem Moment, als als da die ein oder andere sagt, ist ja kein Wunder, wer solche Post-its schreibt, der krakelt auch mit so einem Stift. Ja. Und für sowas, zwei, drei Notizen, gar kein Ding. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja auch diverse, ich sage mal, Pressebriefings schon mit diesem Gerät gemacht und durchgestanden. Und wenn du dann da sitzt, ganz ehrlich, ich bin inzwischen jemand, ich tippe lieber dann das, die paar Sätze mit Autokorrektur, ganze Sätze oder längere Stichpunkte mit den Daumen, als hier über mehrere Zeilen mitschreiben zu wollen. Das ist der große, krasse Unterschied hier. Am Anfang bin ich dann immer wieder sehr motiviert, hier die Notizen zu machen, das hier drauf zu tippen, das mitzumachen. Aber ich merke einfach immer wieder, wie ich dann, wie ich dann, das ist das beste Beispiel, wie ich dann, ich kriege, wie ich, es sind keine langen Wörter, ich kriege in der Regel zwei Wörter nebeneinander. Ich weiß, viele Notleute schwören da drauf, die schreiben viel besser als ich, die lassen das Handschriftliche direkt als digitale Buchstaben umwandeln im Text. und es gibt sie, die knallharten Notfreunde. Ich sage aber, für mich und was ist es am Anfang immer schön zu nutzen, für ein paar Stichpunkte oder kurzen Remindern zu machen, eine Erinnerung zu setzen. Ja, auch. Aber nach spätestens zwei Wochen mit einem Ultragerät setzt es bei mir wieder ein, dass ich dann doch lieber einfach die Notizen-App aufmache und es einfach tippe. So, das an dieser Stelle. So, für die Nummer. Was genau das Gleiche ist, sind die ganzen AI-Funktionen. Samsung hat ja fett beworben. Und jetzt meine ich jetzt nicht Click to Search oder Circle to Search. Kann ich ja auch machen. Hier mein Circle. Also ich meine, jetzt unabhängig vom S-Pen. Ich habe die Menüleiste, also nicht die drei Menü-Buttons einzeigen lassen, sondern ich mache das ja einfach immer über die Gesten. Indem ich jetzt hier unten auf die Leiste dann einfach gedrückt halte. Dann kommt es, dann kann ich meinen Circle machen, dann habe ich die Google-Bildersuche und es ist nichts anderes. Google führt sie auch ein und ich glaube, ab nächstem Quartal dürfen das auch andere Hersteller außerhalb von Samsung von Google nutzen und das ist einfach eine Google-Funktion, dieses Searchen. Auch die Übersetzungsfunktion auf dem Gerät. Es ist immer eine Sache, mit wem, wie gut ist man gegenüber drauf. Und diese Übersetzungsfunktionen haben wir auch schon bei Google gesehen, haben wir auch schon bei Microsoft gesehen. Was wir hier neu haben, ist das direkt für uns Deutsche oder für diese 13 Sprachen beim Telefonieren. Auch das habe ich getestet mit dem vietnamesischen Restaurant meiner Wahl, die gerade Zeit hatten. Es ist aber nicht ausgereift. Man braucht eine ruhige Umgebung, weil es funktioniert ja so, ich rufe jemanden an, habe diese AI-Funktion, drücke da drauf, habe die Sprache dann ausgewählt, dann geht mein Gegenüber dran, kriegt die automatische Bandansage, hey, ich bin hier, also in der Sprache, die man dann ausgewählt hat für sein Gegenüber, ich bin hier der AI-Telefonassistent von Samsung und ich übersetze jetzt, bitte haben Sie, sprechen Sie langsam mit mir. Und dann braucht man, wenn jemand an der anderen Leitung Bock drauf hat und Zeit hat und nicht genervt ist und es ruhig in der Umgebung ist, dann funktioniert das. Dann weiß man gegenüber rudimentär, was ich möchte. Möchte ich was bestellen, möchte ich was fragen, möchte ich einen Tisch reservieren oder was auch immer. Ja. Aber im Alltag hat man diese optimalen Szenarien nicht. Man hat jemanden gestresstes dran, der keinen Bock hat, hier mit AI- oder Übersetzungsdingern zu arbeiten oder mit dem Computer zu reden. Man hat Nebengeräusche, die die Übersetzung komplett zerstören. Denn ich brauche nur ein bisschen Lärm im Hintergrund. Ich rede, mache meinen Satz und es funktioniert am besten, ich rede einen Satz, lass den übersetzen, der andere hört den, der andere redet einen Satz, stoppt, er wird übersetzt. Denn solange ich rede, wird der erste Satz nicht übersetzt. Das wird immer länger, immer länger, immer länger. Und wenn ich Nebengeräusche habe und trotzdem nur einen Satz rede und die Nebengeräusche sind da, dann zeichnet das Gerät immer weiter auf, immer weiter auf. Und dann kann, dieses Szenario muss man erstmal haben, dass es bei mir ruhig ist, von wo ich anrufe, das heißt, ich darf nicht groß auf der Straße stehen und im Restaurant oder im Laden, wo auch immer ich anrufe, darf auch im Hintergrund kein Lärm sein. Sonst nimmt diese Funktion weiter auf und dann ist es Grütze. Und es steht und fällt einfach mit der Umgebung und dem Verständnis und der Geduld seines Gegenübers. So, das ist einfach auf dem Level jetzt schön, aber im Alltag nicht brauchbar. Sage ich jetzt einfach mal so. Das ist genau das Gleiche, wenn ich diese Übersetzungstools, wenn ich einen Taxifahrer habe und wenn der schon genervt ist, die Adresse bei Google Maps sich rauszufinden oder sich angucken zu lassen, bin ich da genauso gekniffen. Habe ich aber netten, dann kann man mit dem das machen. Und genauso ist das mit diesen ganzen Übersetzungssachen. Hier Sachen, Notizenordnungen und sowas, das ganze andere AI-Zeug, machen wir uns nichts vor. Das kriege ich auch von allen anderen großen Anbietern da draußen, die irgendwas mit AI machen. Und genau das ist AI hier. Ja, diese Telefonnummer, gebe ich denen. Das ist ein Fuß in der Tür von Funktionen, die bisher Amis bei Google hatten. Ja, aber alles andere kann ich mir mindestens genauso gut über irgendwelche Drittanbieter-Apps realisieren. Auf egal welchen anderen Telefon. Das ist nichts, wofür ich ein S24 brauche. Das sind dann auch Sachen, die laufen noch bei Samsung oder bei Google in der Cloud. Einiges läuft offline auf den Geräten. Ja, keine Frage. Aber das ist jetzt nicht, wie Samsung sagte, ihr hattet das Internet, ihr hattet die Dampfmaschine, jetzt habt ihr das AI-Phone. Wenn das, dann will ich dieses AI nicht. Nein, das ist meiner Meinung nach nicht mal eine erste Generation von diesem ganzen AI-Zeug. Das ist Alpha 0.1. So. Wenn das Ganze funktioniert, traumhaft, auch ich will meinen digitalen Enterprise-Assistenten. Aber das hier sind Buzzwords. Nein. Nein. Ganz kurz abgehakt. Nein. So. Das war jetzt noch am Ende viel Gebäsche über AI. Aber wenn Samsung sich hinstellt und mit AI wirbt wie sonst was und muss man sagen, gucken wir es uns jetzt nüchtern an, dann kam dieses Jahr nicht viel bei den S24 an. Wir haben ein bisschen Titan-Legierung, wir haben andere Farben, wir haben die gleiche Form, den gleichen Aufbau wie beim direkten Vorgänger. Wir haben den neuesten Chip unter der Haube von Qualcomm. Aber das erwartet man ja von einem neuen Generator-Update. Wir haben ein bisschen was an den Kameras gemacht, den einen Sensor durch den anderen ausgetauscht. Ja, okay. Wir haben wieder ein bisschen helleres Display. Wir haben diese andere Display-Glas, dieses andere Display-Glas für die Beschichtung. Ja. Und dann hatten sie noch was mit AI. Und das war's. Das ist jetzt nichts, wo man sagen muss, boah, darauf hat die Welt jetzt irgendwie, nein, das ist wieder hier sehr chillig. Ich gebe ihnen so viel. Es ist mehr als das, was sie letztes Jahr beim Wechsel vom Fold 4 aufs Fold 5 gemacht haben. Das war ja schon, ich habe meine Hausaufgaben vergessen. Das hier war, ich hatte als Hausaufgabe meinen Namen zu tanzen. Um es jetzt einfach mal so grob zu sagen, weil, um jetzt in den Kreis zu bringen, es ist ein 1A-Telefon. Ja, aber der Vorgänger war ja schon ein 1A-Telefon. Und wenn ich jetzt hier einfach was an den Kameras leicht mache, das Display ein bisschen verändere und den neuen Prozessor reinbringe, dann ist das ja auch ein 1A-Telefon. Aber unterm Strich hätte Samsung auch einfach das S23 Ultra weiterverkaufen können als Flagship. Aber der Markt will es ja, wir alle wollen es, jeder kauft es, die Leute im Zweijahresvertragsrhythmus brauchen es, einfach die nächste Generation und fertig. Es ist aber trotzdem 1A-Telefon. Traumhaftes Display, traumhafte Performance, super Lautsprecher, tolles Kamerasetup, fantastische Hauptkamera, auch für Videos, super Akkulaufzeit. Ihr hört es, das Ding erlaubt sich ja keine Schwächen, außer, dass ich Samsung das AI-Marketing um die Ohren haue und dass ich sage, das ist aber ein großer Klopper. Und jetzt kommt's, Einstiegspreis, 1.450 Euro. Ich weiß, den musste am Anfang keiner zahlen, viele haben die Speicherverdopplung mitgenommen und wir hatten zum Start so viele krasse Angebote, die eigentlich preislich eher auf Black Friday-Niveau war. Das lag aber daran, dass Samsung als Konzern in 23 fett weniger Geräte verkauft hat und wahrscheinlich dieses Jahr in die Gänge kommen muss und natürlich die S24-Reihe auch gepusht hat und, und, und. Und wer am Anfang zugeschlagen hat, hat wahrscheinlich auf die nächsten Monate absehbar den besten Preis für diese Geräte bekommen. Das wird sehr lange dauern, bis da die Preise fallen. Ich habe mal rumgeguckt, 1.450 ist der UVP. Einige Händler, jetzt ohne diese Mehrwertsteuer, ohne Mehrwertsteuernummer oder sowas, gehe ich dann auch schon in die Richtung so langsam von 1.300. Das dauert aber noch was und es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen, vielleicht sogar Monate dauern, bis die Geräte so langsam mal Richtung 1.200, 1.100, vielleicht sogar 1.000 am Hintergrund oder so sehen. Jetzt habe ich aber auch mein Problem, es ist viel Geld, gar keine Frage, gar keine Frage, aber es ist auch ein sehr gutes Telefon und wenn ich das mir schön gerechnet habe zum Start, weil ich irgendwas auch immer für Bundles hatte und da vielleicht 1.100 oder 1.000 oder 1.200, selbst 1.200 bezahlt habe, weil ich auch die Speicherverdopplungsversion hatte, die ja sonst normalerweise nochmal 160 Euro mehr gewesen wären oder 120 oder ne, 240, ich weiß es schon gar nicht mehr, also deutlich mehr, alles richtig gemacht, gar keine Frage, gar keine Frage. Ja, ich habe eher so nach wie vor meine Zweifel, ich bin eigentlich ein großer Freund vom Plus dieses Jahr, gerade weil das Plus preislich nochmal attraktiver gewandelt teilweise war, aber von den Aufpreisen vom Plus zum Ultra, das ist ein fetter Sprung. Ja, ich habe hier die besseren Kameras, ja, ich habe diese schöne Displaybeschichtung, aber in dem Moment, wenn ich den S-Pen nicht brauche, ich habe die nochmal sehr gutes mehr in Akkulaufzeit durch den Snapdragon und nicht durch Samsungs Exynos Prozessor, ja, aber auch trotzdem habe ich für viele hier beim Plus auch schon eine ausreichend gute Akkulaufzeit, aber das Ultra ist halt einfach wieder für die, die das Ultraste wollen, sowohl an den Fotos, an den Möglichkeiten und an der Akkulaufzeit, unabhängig, aber es ist halt auch das, wo ich wieder sage, nehmt es vorher in die Hand, die Größe, die Handlichkeit, da hat das Plus doch nochmal die Nase vorn, aber das soll es jetzt erstmal zum Ultra gewesen sein, vielen Dank fürs zu gucken, macht es gut und bis zum nächsten Mal, tschüss.